Herzlich Willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity und wir befinden uns schon in der nächsten Mission, also Nebenmission, wir machen eigentlich die ganze Zeit nichts anderes, seit 4 Folgen, aber es ist bald vorbei, ich verspreche es, was haltet ihr eigentlich davon, dass ich alle Nebenmissionen so mitmache und euch damit, ich weiß nicht, ob ich euch damit quäle oder ihr lieber die Story sehen wollt oder alles vom Spiel, weil ich bin der Typ bei Assassin's Creed, ich spiel's zu 100% durch, also ich mach alles, ich hab sogar die Fähnchen gesammelt damals in Assassin's Creed 1, alle, die es gab und jeden kleine Feder und alles einfach mitgenommen, na gut, Brückenräuber, eine Räubermänner nötigt den einfachen Bürgern Zoll für das Überqueren von Brücken ab, schalte ihre Hauptmänner an der Brücke aus, der Rad, So wie bei Letztungsfehler, da ist Rad, wäre lustig, wobei auch ganz schön peinlich, aber lustig, An jeder Brücke einer, okay, Herzlich willkommen zurück, oder da sind wir wieder, ich hab keine Ahnung, was das gerade war, die Aufnahme war wieder mal weg, und ich hab's erst zu spät gesehen, den ersten Brückenhauptmann haben wir schon in seinem Haus getötet und wir geben uns jetzt zum Zweiten, wenn wir ihn dann nach vorne auffinden, antreffen, So, jetzt gehen wir da mal runter, da hinten ist nämlich nur Truhe, Die wir auch öffnen können Jawoll, auf Anhieb 10 von 30 Truhen in diesem Bezirk geöffnet Wieso Verräter? Du bist doch hier Bösartig So, nächste Brücke Nächste Brücke Lass mich Nächste Brücke Ja, alles okay So, einer Und? Ja Da Ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ich habe gerade vier von ihnen getötet und er gibt mir dann so eine todesdrohung ich mach dir die kehle durchschneiden wir kontrollieren alle brücken ich habe eigentlich auch nur gesucht wir wollen die ja Boah, da hinten ist der Aussichtspunkt. Wollen wir erstmal zu denen da drüben. Der Vollständigkeitshalber. Was war das denn für ein Geräusch jetzt? Es gibt hier so viele Missionen, das ist unglaublich. Vielleicht werde ich mich auch umentscheiden und dann die Nebenmissionen folgen. Vielleicht zwei Folgen am Tag oder drei. Beziehungsweise eine Folge, eine Stunde. Wobei, da ist ja noch mein Strike mit Dings. Hier, so Evo gesehen, was das verhindert. Gut, erstmal das nächste Gebiet synchronisieren. Die Stadt ist so verfluggroß. Oh Gott. Okay, doch nicht. Das sah nur zuerst so schlimm aus. Nomadpunkt für die App. Eine Truhe, irgendwas. Machen wir die Missionen, weil die hier direkt vor der Tür ist. Du solltest springen, du Opfer. Geil, schauen wir uns nochmal um. Das ist auch mal wieder unpositioniert beim Sitzen. Ich habe auch schon mal überlegt, alles umzubauen ins Wohnzimmer. Dann regle ich mich einfach aufs Sofa. Aber dann werde ich wahrscheinlich die Katzen nie wieder los. Da laufen fleißig in Richtung. So, meine Missionen auf Companion App ist auch durch. Sie haben ihn ohne Grund gehängt. Ich nahm ihm diesen Anhänger vom Hals. Bitte, Siel. Könnt ihr mich beschützen, während ich ihn zu unserem Haus zurückbringe? Ich würde mir wünschen, diesen Anhänger segnen zu lassen. Ist das unvernünftig? Du Resse de Fremit. So, ich bin einmal ganz kurz mit der Companion App. Ich würde das gerne auch irgendwie mitfilmen, aber das geht leider nicht. Würde schon gehen. Das ist nur ein bisschen kompliziert. Ja, da kann ich keine Mission starten. Mal, wie lange gehen die nächsten? Noch nur 15 Minuten. Den Kameran und den Kameran heilig und dann kann es losgehen. Und wir machen jetzt auch direkt weiter. Hey, was hast du fallen mit? Können wir weiter, Frau? Seine Mordlust gestillt. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob sie weiß, was sie tut. Die Frau hat auch die Ruhe weg. Warum so schüchtern? Ich will dich nur verprügeln. Du musst dir niemanden verprügeln. Dass dir niemanden angegriffen wird. Gut, also diese Mission wird wahrscheinlich jetzt Stunden dauern, so wie die Frau sich fortbewegt. So langsam ist die Methode, sich fortzubewegen. Da schleiche ich ja schneller. Oh, verstehe, du wirst ein Royalist. Sind dir die Hose etwa zu eng? Jetzt ist die Klasse rausgekommen. Du warst anscheinend der mit dem Gewehr. Wie brutal sie auch einfach aussieht. Blutgetränkte Frau. Oh. 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 Wo werden denn Verbündete angegriffen? Nicht in meiner Nähe. Guckst du mich denn so an? Hab Dank, mein Herr. Wenigstens habe ich ein Andenken an ihm. Möge er in Frieden ruhen. Zwei Leben für 300 Geld. Wieder eine Mehrspieler-Mission. Ah, das war die, wo ich angefragt wurde. So, das, 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 das. Ja, nee. Nö. Auch keine Mission, sonst nur Thron. Können wir auch schnell Reise in unser Clubhouse machen. Ja, das war's. Oah, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020